Oh, Fürbis. Fürbismann hier hinten. Was hilfst du da? Ich kümmere mich mal um. Schmecke ich. Ich safe wieder ab. Ja. Wenn du draußen warten willst, mit mir, kenne ich die für den Kopf. Wenn wir leise sind, ist das ganz cool da oben. Oder hier in diesen Gebäuden. Oder da, weißt du? Oh, da hinten war gerade Raben, aber das war glaube ich... Das waren unsere, wegen Explosionen. Ja, naja, okay. Ich geh irgendwo rein und probier nach außen was zu sehen. Merk dir bei Hans halt immer. Die wissen ganz genau, wo sie hingucken müssen. Fensterrahmen. Das blauen. Türrahmen, weißt du? Die wissen ganz genau, wo sie hingucken müssen. Du weißt gar nichts. Du guckst einfach raus. Guckst ins zweite Feld. So, ich bände es. Da hinten kommen welche. Hat nen Hit. Auf meinem Pink kommen welche. Ja. Alright. Da hinten am Erdhügelwagen werde ich hier mal gucken. Was das heißt. Ich geh auch hier drüben rein. Also hier da oben hin. Dann werden wir auch zu dritt. Das ist glaube ich klug. Direkt am Eck vom Haus. Weiner hat der Winfield. Mit seiner Lenzer. Sehr gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn nur mit der Pampa angeschossen. Er hat gereicht, hat gereicht. Er könnte auch alleine gewesen sein. Ich geh jetzt nochmal hoch. Hat der Winnie? Alter, der hat ne Crown in King. Der hat ne Crown in King. Ja ja, oben drauf. Und hier hinter ist halt noch einer. Das kann ich auch. Gegner anzünden. Das kann ich auch. Du bist drin. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Der hat ne Spectre. Wo denn? Oben auf dem Steg. Hinten am Haus. Wieso töd ich den nicht? Weil ich ja eigentlich weiß. Toll. Weg, weg, weg. Nice. Mit seinem scheiß Kopf rein, alter. Nice. Heilt auch. Ja, der Huchen sonst noch die F***. Ey. Schieb nochmal was für Teilen. Vorsicht. Der hat seinen Mate wieder gestellt, den einen. Ja. Schau. 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 Ist der da drinnen oder was? Ich raff nicht wo der ist man! Alle hier drüben. Ihr habt die schon. Nimm einer noch Bounty und dann lasst sie doch pushen, die zwei. Einer ist hier unten. Hab ich. Okay. Der andere ist hier draußen. Da hinterm Dings gerade verschwunden. Hinter dem Berg ist er jetzt. Hinter diesem Kerthaufen. Ich werfe ne Granate, Achtung. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Den anderen auch gelegt. Hi. Nice boys. Auch wenn das ganz anders aussah. Ja. Das sah erst mal rein schläg aus. Oh sorry. Ich hab mich kurz weggefächert. Ich treff mit der Bingham hier. Ich hab nix getroffen. Ich bin so ne Gurke. Okay. Also gelootet haben wir. Genau. Da liegt jetzt hin noch einer. Der hast du weggeschossen, ne? Ja. Ja. Schönes Gefühl, gell? Ja. Da hupt irgendwo ein Boot. Da hupt irgendwo ein Boot. Da ist einer am Ausgang. Da sind welche am Ausgang. Okay, okay. Das hat auf jeden Fall gerade einmal gehupt, das Boot. Ja. Ei, dann hätt ich gesagt. Also hästen sich da welche. Hätt ich gesagt. Oh, Kettenrevolver. Den nehmen wir noch mit. Jetzt hütten wir die boys hier an, oder was? Können wir machen, ja. Schnappen erstmal noch Muni aus. Oh, sorry. Da ist der Ausgang. Jaja. Also da sind auf jeden Fall welche. Wunderbar. So. Zwei Teams sogar. Weil wenns hupt, dann will einer raus. Und einer blockt. Okay, was machen wir? Ihr habt ja auch alle jetzt einmal gelegen. Ja. Wir können auch nach Goddard hoch gehen. Eisenhütte. Moor. Goddard Docks raus. Also Richtung Eisenhütte. Ja, ist gut. Dann lassen wir. Können wir uns mit der Ausgang umsetzen. Oh. Warst du das? Ja, ja. Ich war das. Okay, alles klar. Ich brauche es leider noch Heal und nochmal Muni. Ich habe fast zwei Grunde zu Stück. Das bin. Wir bleiben hier. Wir warten kurz. Wir warten kurz. Ja, ja. Danke, danke. Ja, wir sind hier sicher. Ja, eigentlich. Ich bin ready. Ich schaue nochmal ganz kurz. Ich war mal wischen. Ich sehe keinen in der Reichweite. Aber die sind 100 pro beim Boot. Also. Scheiß mal auf die. Sollen sie laufen. Der Specter-Typ, Alter. Na ganz heilig sein Kopf. Aber wie? Wie in den Kopf? Ich war drauf, Alter. Pam, Alter. Rennt ihr da rein in die Google, Alter. Geil, Alter. Ah, geil, ey. Ja. Ich glaube, da kommt was von hinten. Ronde, wir probieren die von hier aus. Weil wir lassen uns sonst den Rücken schießen. Ihr wisst ja wie es ist. Ja, ja. Schon, schon, schon. I know it. Oh, da ist noch ein rotes Fass. Das würde ich erst gerne loswerden. Ihr seid weg. Okay. Ich stüße das rote Fass an. Inzwischen. Ja, genau. Da hinten auf dem Weg. Hier ist doch die Lootbox. Leute, hinten bei der Brücke. Was? Was? Ich dachte, ihr rafft das, wir schießen auf die. Wir schießen auf die. Habt ihr nichts mit für Lockrange? Nein. Hat ein Hit da hinten, der Typ? Ah, hinten. Man weiß nicht, ja. Oh, Leute. Nee, nee. Lieber ein bisschen zurückfallen. Die sind krass, glaube ich. Die Jungs. Ja, ja, ja. Lieber ein bisschen zurückfallen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind mehr Leute. Mehr als drei. Da war auch einer. Das sind mindestens zwei Teams eigentlich. Nichts. Da kommt gleich einer. Leute, schlecht lieber. Alles, wir kommen nicht einfach. immer noch nicht. Noch nicht. Ja, die sind nicht so schlecht. Wir sind nicht sicher. Wir sind dann zu schade. Und dann machen wir nicht. Ach Leute Hinter mir ist einer Hast du einen? Stefan? Ja einer tausend Hier Hier sind noch mehrere Leute alter Ja ja Mehrere Teams Wahnsinn Alle dahinten Stell dich ein letztes Mal Kannst du wenigstens mitmachen Sind denn einen Freegun? Oh O Ach Ah Ah Oh Ah jetzt jetzt aufmachen jetzt warum war nicht drinnen mann ich bin auf dem Dach Junge ja ich bin doch am rennen ich bin doch nicht bei ihm im Haus ich bin doch egal wo du bist sonst komm ich weiß doch ist doch gar nicht böse gemacht ich bin doch nur nervös Alter hab ich den weggeholt der Typ meh nicht hier ist einer ich komme immer schnell ne Sekunde weg ich rein nein der ist direkt vor mir direkt vor meinem Dach das gibt's nicht der hat einen Pump mit drin der ist fast down ganz ehrlich aus 3 Metern Entfernung der muss tot sein alter das kann net sein mit 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 pint mit mit Drei Maler Ja, ist der Eing, ich hab noch einen, achso, 25 Ich hab einen großen Ball gesorgt Nice, nice Ich hab mir grad noch eine Sekunde wieder geholt, ich kann wieder gucken, Jungs Ich hab auch noch zwei, also gut zum Klotzen Jetzt verzückt den an hier, den Typen Oder was? Der war schon angebrannt Nee, nee, ich hab ihn, ich hab ihn, ich konnte ihn grad lieben Okay Ähm Okay, zwei Leute gegenüber Ich probier jetzt mal einen Circle Weil ich der einzige mit Full Life bin Ja, das gut macht ein bisschen Lärm Wir sind hinterm Haus da noch Kann jetzt Hinter dem Ding da? Ja Hast du beide? Hier Also bei dem Haus da hinter Ja, ja, mein ich ja Oh, was? Ich geh jetzt auch mal eine Sparks mit Der kommt dann Der klettert hoch, der klettert hoch Der kommt dann Ach man, mit meiner Waffe hätte ich ihn gelegt Der, äh, LeBell Hecken Schütze just a chaos es ist übrigens keine chaos, es ist keine chaos rein hier bluten, bluten, bluten einer, wo ist der letzte alle da, ah, hier hinten, hier da Leute ihr müsst auf den schießen bitte zum glück war ich der, der full life ist, mit dem er gerade getroffen hat haben wir ihn? ne ne da sind wir hier hingerannt da sehe ich seine aura noch hinter dem wagen der ist bei dem achter, bei dem baum ist er bei diesem baum hinter dem fetten baum nice jungs jawohl ja das macht spass gemacht das macht sehr sehr viel spass gemacht auch wenn es wieder mal nicht danach aussah ich dachte wir kriegen sowas aufs Arschloch hohoho jungs, jungs, jungs das war ja völlig geisteskrank chaos, nicht wunden wie der blutet, der blutet, der blutet, der blutet also, ich neige ja, ich neige ja auch zu übertreibung ey, ich wollte nicht pushen, ich hab nur noch 50 HP, das ist, der kitzelt mich mit irgendwas und ich bin tot ich neige hier und darf zur Übertreibung aber ich wüsste gern mal ne Runde vorsicht rotes Fass äh, auch oder auch nicht äh, geh nicht aufs Arschloch ne Runde, die mir mehr spass gemacht hat, wirklich das war ja der absolute Runde das hat auch jeder was getan das war keiner nützlos das war ja ein schönes Finale daja Jungs, fett Spaß gemacht ich bin gespannt, haben wir echt, haben wir echt neun Kills, ne? ja, neun, ja ich weiß nicht ich bin mir nicht sicher, aber sieben werden es bestimmt gewesen sein also einen hab ich definitiv, sicher ups, ich seh gar nix als geflashbanked Klassiker hast du auch alle gehabt, oder was? jo jo ich schmeiß ne, ich schmeiß ne Chaos und der bleibt einfach sitzen bumm das war's allerbeste oh, verzeih, pünktlich hab ich nur gehört ja, dann bist du rum ja, das saß immer noch neben der Leiter zu zweit ja, ich auch ich dachte noch, sie werden zu zweit ja, ich auch als sich der eine schon nach hinten weg verpisst mit der Sparks, ja fette Runde, fette Runde 10 wir haben 10 wir haben 10 Hunter gekillt, was? ok, ein zweimal gekillt